Hallo Leute Herzlich Willkommen wieder bei der nächsten Folge von One Piece Braining Blood und wir haben in der nächsten Folge den Eis gerettet und gehen auf Chiyo und jetzt spielen wir im nächsten Kapitel Wir haben schon durchgenommen, also die nehmen und ziehen die Autos Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, das ist wirklich eine Mission Oh das läuft flot So, Akanus-Generalos-Attack, okay, Ace und Rufy, das allein zünden Schiff, um dem Marina fortzufliehen, Admiral Akinu-Yakirna, überleben! Okay, Lufy-Ford. Nice. Let's try my power. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh ja. Oh, scheiße. Nein, blüde, so blüde Wie der Hull, ja Scheiße Scheiße Oh, yes Scheiße 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 Shabert Das wird Ja 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 Tja dann! Wow! Zeit, um... TIZAAHASARату! Ah! Ers! 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 Hey, Luffy-kun! Du hast es geschafft! Ers! 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 Eincere! Ers! 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 Okay, find out. Ja, dann... Ist doch... Also... Er... Då... Dylan... Ich... Pero... Sie können mich nicht äh... Nur für den Schechern... Ich... Ich sollte dir nicht mehr so gut sein. Was ist es nicht... Ich... 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 Ich glaube, es war nicht so ein Mensch. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sein konnte. Ich wollte das答え. Luffy, ich werde das alles sagen können. Ich werde dir, alle anderen, erzählen dir das. Ihr Vater, alle... Und Luffy... Ich werde das heute nicht tun. Ich liebe dich, dass du mein Gehirn schlägst. Danke. E.S.A.!!! Er ist der Mann! Ok. Ok. Woh! 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 Hey, no! So, no! So, no! Episode des Warfys! Woh! 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 Ah, ok! Was ist das für Scheiss? Puh! Ok, jetzt müssen wir gegen... mit Wildbeards! Hau gerade! Ey, das dreht sich nur noch ein grosser Schlag oder was? Ah, ne! Weil am Ende mit Whitebeard ein ganzes Geschenk von Raffi und jetzt ganzes Geschenk von Whitebeard. Aber wenn ich meine Frau nicht, dass die Weltbeard ein ganzes Geschenk von Marienfeuer ist, wird immer noch ein Wetter als der Weltbeard. Ich bin der Herr, wierer Raffi. Ja, ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020